Ist Keuschhaltung nicht Quälerei? Ich habe eine Domina in Ausbildung, by the way, wenn du Lust hast, von mir ausgebildet zu werden, um als Domina zu arbeiten, dann bewirb dich gerne unter der E-Mail-Adresse mail at lady-penelope.com Also ich habe eine Jungdomina in der Ausbildung bei mir und die hat mir die Frage gestellt, ist Keuschhaltung nicht absolute Quälerei? Sie kann sich das für sich nicht vorstellen, für sie wäre das ganz schlimm. Wenn sie Tage oder Wochen lang keinen Orgasmus haben könnte Und um das vorwegzunehmen, bevor ich wieder Kommentare unter dieses Video bekomme von Einzelnen, die am unten sind und sagen, doch für mich ist es Quälerei Es ist eine individuelle Sache Vielleicht gucken wir uns mal an, warum die zukünftige Kollegin hoffentlich das so sieht und was viele Menschen an Keuschhaltung eigentlich so toll und faszinierend finden Also für sie als Frau, die viel Sex braucht oder Lust auf viel Sex hat, ist es unvorstellbar Frauen sind da aber auch generell anders als Männer Also du kannst den weiblichen Körper, wenn es um Sexualität geht, echt schwer mit dem männlichen vergleichen Ja, es gibt Parallelen, bis zur sechsten Schwangerschaftswoche sieht das auch genau gleich aus Ja, also zum Beispiel kannst du überhaupt nicht erkennen, ob es eine Klitoris wird oder ein Penis Weil Klitoris und Penis entwickeln sich bis zur sechsten Woche komplett identisch Weswegen die Klitoris, by the way, auch genauso aufgebaut ist wie der Penis Sie hat auch einen Schwellkörper und so weiter und so fort Man sieht nur nicht, dass sie anschwillt, weil sie im Körper liegt Der Penis liegt draußen, deswegen sieht man das Wissen ganz viele Menschen nicht Mach ich auch mal ein Video zu Egal Für den Mann hat der Orgasmus eine ganz andere Funktion als für die Frau Für die Frau ist der Orgasmus Orgasmus hat ja immer was mit Muskelkontraktion zu tun Das heißt Muskeln spannen sich an und lockern Spannen sich an und lockern Und das führt bei der Frau zu so einem Sogeffekt Das heißt die Spermien werden so reingesogen Kannst du dir vorstellen, wie wenn du an einem Strohhalm saugst Was hättest du jetzt gerne, dass ich das mache, ne? Kannst du vergessen Ähm, nicht hier Also durch den Orgasmus macht es halt ungefähr diese Bewegung Und dadurch werden halt die Spermien eingesogen Deswegen ist der weibliche Orgasmus um ein Vielfaches länger als der männliche Orgasmus Weil ganz logisch betrachtet, das hier, das Einsaugen, dauert ja länger als das Abspritzen Ja, also Abspritzen ist zwei Punktbewegungen Zack, raus, Job erledigt, Feierabend Das ist der Orgasmus beim Mann Ich sage immer, wenn du eine Frau Die viele schöne weibliche Orgasmen hatte In den Körper eines Mannes steckst Und deren Orgasmus machst Oder die macht die in sich selber Dann sitzt die da und denkt sich, wie, was? Das war jetzt ein Orgasmus? Weil der weibliche Orgasmus einfach, wenn sie ihn dann hat, intensiver ist Länger dauert als der männliche Orgasmus Deswegen kommen ja viele Männer zu mir und sagen Mach mir bitte mal den Orgasmus intensiver Da kommen wir jetzt zum Punkt Das ist ja die Funktion von Keuschhaltung Weil was passiert in der Keuschhaltung? In der Keuschhaltung haben wir einen Staudammeffekt Die Erregung baut sich systematisch auf Das Becken läuft voll Okay? Wenn ein Mann, der vorher am Tag Drei, vier Orgasmen hatte Plötzlich noch einen haben darf In der Woche Dann staut sich diese Erregung ja auf Und der Körper denkt Was ist denn hier los? Scheiße Wir haben nicht mehr drei, vier Orgasmen am Tag Ohaja Jetzt haben wir nur noch eine Chance in der Woche Ein Baby zu machen Das heißt, wir müssen uns richtig viel Mühe geben Wir müssen Einen Orgasmus machen Orgasmus ist ja immer das System für Alles klar, hat geklappt, wir konnten befruchten Der richtig extrem ist, damit wir uns sicher sein können Dass es geklappt hat Deswegen ist der Orgasmus fühlt sich dann intensiver an Ganz logisch Deswegen ist die Funktion von Keuschhaltung Den Orgasmus Den ganz normalen männlichen Orgasmus Zu verstärken Und das empfinden viele Männer so Unabhängig davon, ob man jetzt ein Keuschheitskäfig angezogen hat Und das kontrolliert hat Oder den Mann dazu gezwungen hat Wenn du mal sieben Tage im Urlaub warst Und da nichts gemacht hast Du kommst nach Hause Dann fühlt sich der Orgasmus anders an Als sonst, wenn du es jeden Tag machst Und um das auch nochmal zu sagen Es ist nicht schlimm, wenn du jeden Tag einen Orgasmus hast Wenn du zwei hast Wenn du vier hast Das ist alles nicht schlimm Ich sage nicht, dass das eine besser ist Oder das andere schlechter ist Es ist nur so, dass es für viele Männer so ist Dass sich der Orgasmus Dieser Staudamm-Orgasmus Der Orgasmus, den wir erreichen Durch Keuschhaltung Intensiver anfühlt Das heißt nicht, dass der schlechter oder besser ist Der ist nur anders Okay Und um das auch nochmal zu sagen Weil wir ja neulich dieses Video über Sexsucht hatten Oder Masturbationssucht, Pornosucht Wenn du dir viermal am Tag einen runterholst Und du kommst damit zurecht Dein Leben ist in Ordnung Du kannst arbeiten Du kannst essen Du kannst deinen ganz normalen Alltag nachmachen Dann ist das nichts Schlimmes Solange du nicht leidest Ist das für dich normal Okay Bist du nicht krank oder so Wenn du anfängst zu leiden Wenn du anfängst Dass du deinen Job nicht mehr machen kannst Dass du zwanghaft masturbierst Wenn du im Büro bist Wenn du im Auto sitzt Wenn du das selber nicht mehr Beherrschen kannst Ja Wenn du nicht mehr aufhören kannst Und du leidest darunter Dann ist das ein Problem Und dann ist es Zeit Sich Hilfe zu suchen Ansonsten ist das alles okay Weil viele Menschen zu mir kommen Auch ins Beratungsgespräch Und sagen Oh ich bin irgendwie krank Ich habe drei Orgasmen am Tag Das ist doch nicht normal Und ich frage dann Ja okay Leidest du denn darunter Also ist das irgendwie schlimm für dich Ne Aber das machen doch alle anderen nicht Oder Ganz ehrlich Ich habe auch Tage Wo ich mir fünfmal am Tag einen runterhole Hey So what Solange ich noch Keine Ahnung Mein Alltag irgendwie gewuppt kriege Ist doch alles gut Warum nicht Und dafür gibt es Tage Wo ich gar keinen Bock habe Das ist alles total normal Also lass dir nicht von irgendwelchen Leuten einreden Dass du krank bist oder so Okay Und krank ist immer nur derjenige Der anderen irgendwie wehtut Sie negativ beeinflusst Der sich selbst schadet Der gegen Gesetze verstößt Oder der in irgendeiner Art und Weise Ein Problem damit hat Alles andere ist Okay Lass dir nicht deine Sexualität Von irgendwelchen Ratgebern Oder Zeitschrift bestimmen Das ist alles Bullshit Die Leute kaufen das nur Weil man ihnen suggeriert Dass sie irgendwie falsch sind Und dann muss man das ja richtig machen Und deswegen muss man dann A, B, C, D, E kaufen Also jetzt egal ob es eine Zeitung ist Oder diese blöden Geräte Wo man angeblich Den Penis vergrößern kann Oder Pillen Ganz ehrlich Das brauchst du alles nicht Wenn du akzeptierst Wer du bist Und dass es okay so ist Wie es ist Und wenn das nicht geht Dann musst du dir Hilfe dafür suchen So Großes Abschweif Faden verloren Verdammt Gucken wir mal ins schlaue Notizbuch Ähm Genau Was ich glaube Die Kollegin Also ich habe sie dann gefragt Was bedeutet denn für dich Heuschaltung Also wie bewertest du das Für dich Nur für dich Sie hat gesagt Ja das ist eine Quälerei Ich tue ja dem anderen damit Irgendwie Schaden an Dem geht es ja nicht gut damit Was ist ein wichtiger Punkt Keuschaltung bedeutet nicht Jemanden zwanghaft Irgendwie da rein zu pressen Und den wochenlang keusch zu halten Und ihm nichts zu erlauben Das ist nicht Das Game Das Game ist Dass man Konsens Hat Also das heißt Dass man einvernehmlich Einen Rahmen beschließt Und guckt was man möchte Die meisten Männer Die Keuschaltung wollen Kommen zu mir Und sagen Ja ich möchte mal schaffen Zwei Wochen keusch zu sein Ich möchte wissen Wie sich der Orgasmus dann anfühlt Und das wünsche ich mir halt Und wir gehen dann nicht Direkt zwei Wochen In die Keuschaltung Sondern wir bauen das langsam auf Ja Du besteigst ja jetzt auch nicht Morgen den Mount Everest Ohne da irgendwie einmal Für trainiert zu haben Ohne Atemausrüstung Und so weiter und so fort Wird ja auch kein Schwein machen Oder Aber in der Keuschaltung Verlangen Dass man da plötzlich Irgendwie keine Ahnung Zwei Wochen nichts mehr macht Das ist Kann man machen Gibt ja den Loktober Wo dann Irgendwie die ganzen Dominas sagen So jetzt müssen wir Hier einen Monat Keuschaltung machen Ohne jemanden zu betreuen Und die Leute Die versagen Nach zehn Tagen Die fühlen sich total schlecht Ich halte das ehrlich gesagt Für Nonsens Weil es ist nicht Individuell auf dich abgestimmt Du hast keine Begleitung dabei Und es geht wahrscheinlich Über deine Grenzen Und ich freue mich Für alle die es schaffen Aber ich leide Mit denjenigen Die suggeriert bekommen Dass sie jetzt irgendwie Falsch sind Weil sie es nicht Durchgehalten haben Das ist Bullshit Ja Also Konsens ist Wie immer eine ganz Ganz wichtige Sache Weil ohne Konsens Ohne Einvernehmlichkeit Machen wir hier gar nichts Okay Das heißt Was es auch wieder Bei der Keuschaltung braucht Ist eine intensive Kommunikation Ich frage meine Sklaven öfter Wie geht es dir Von eins bis zehn Zehn ist Du leidest total Du kannst nichts mehr Du kannst nicht essen Du kannst nicht schlafen Du kannst nicht arbeiten Du kannst eigentlich gar nicht Du kannst nur noch Sexuelle Gedanken Und es geht nichts mehr Wenn die sagen Zehn Oder je nach Fall Auch schon sieben oder acht Dann muss ich überlegen Okay Wie reagiere ich jetzt darauf Zum Beispiel Kann ich dann mal Einen ruinierten Orgasmus erlauben Oder einen analen Orgasmus Kann ich ja individuell Darauf reagieren Auf den Klienten Und Ich kann auch zwischendurch mal fragen Ampel Und dann kann er sagen Grün für alles in Ordnung Orange Ach das ist so auf der Kippe Ich weiß selber nicht Hm Und Rot Nee es ist jetzt für mich hier Feierabend Ich kann nicht mehr Und wenn jemand Ernsthaft und glaubhaft versichert Ich kann nicht mehr Da versichert gerade keiner Dass er nicht mehr kann Ich kann nicht mehr Dann Darf der auch zum Orgasmus kommen Also Ich muss den ja nicht Zwanghaft irgendwie In den Muster reinpressen Nur weil ich das jetzt will Es geht ja darum Dass der ein schönes Erlebnis hat Es geht ja darum Dass er eine schöne Zeit hat Und es gibt Menschen Die können nicht mehr als Fünf Tage Keuschhaltung aushalten Und das ist okay Ja Da ist jeder anders Da braucht jeder was anderes Da muss man sich drauf einstellen Und es gibt Menschen Die wollen vier Wochen Keusch gehalten werden Oder im krassesten Fall Auch 365 Tage Das wichtigste ist dann nur Wenn man eine längere Keuschhaltung hat Also ich sag jetzt mal Alles über 14 Tage Dass man halt Regelmäßig Ruinierte Orgasmen Einbaut Schlicht und ergreifend Dass man halt Einen Samenerguss hat Ohne Höhepunkt Damit man halt Sicher gehen kann Dass es einen Reinigungseffekt gibt Dass alles einmal Durchgeputzt wird Weil wir halt nicht Studientechnisch Zu 100% sagen können Dass kein Samenerguss haben Nicht schädlich ist Es gibt verschiedene Studien Die sagen Dass Masturbieren Und Abspritzen Wichtig ist Um Prostatakrebs Vorzubeugen Andere sagen Es ist nicht so Solange ich das nicht Zu 100% weiß Gehe ich so vor Als wenn ich annehme Es ist so Na Weil ich natürlich immer Gucke Ich möchte einen Gesunden BDSM leben Ich möchte Dass die Leute Gesund bleiben Ich will gesund Erhaltend arbeiten Und nicht Dass irgendjemand Krank wird Und deswegen glaube ich Dass es ganz wichtig ist Ruinierte Orgasmen Einzubauen Weil beim ruinierten Orgasmus ist es ja Dass du einen Samenerguss hast Aber du hast Keinen Höhepunkt Dadurch Geht die Erregung Die wir langsam Aufgebaut haben Geht die halt Nicht runter Wie beim normalen Orgasmus Da bricht das ja weg Sondern Sie knickt halt Kurz ein Und dann bleibt sie Auf einem Niveau Was erträglich ist Und kann sich wieder Aufbauen Wenn wir einen normalen Orgasmus haben Machen wir uns ja Das was wir aufgebaut haben Total kaputt Ne Dann ist da keine Was auch okay ist By the way Ne Ich muss nicht Zwanghaft jemanden Immer ganz ganz lange Keu schreiten Ich kann ihn auch Überraschen Und den jeden Tag Kommen lassen Für ein paar Tage Freut sich auch Jeder drüber Also das Wichtige Ist glaube ich Dass man lernt Damit zu spielen Dass man Ein Gefühl Dafür entwickelt Hey Was tut meinem Gegenüber gut Was tut mir auch gut Als Dominar Ich soll ja auch Spaß daran haben Ne Und Wie finden wir Beide da zusammen Einen Weg Das ist Keuschhaltung Deswegen wollen das Sehr viele Weil Dieses Immer wieder Spielen Immer wieder Jemandem Ja Bewusst Machen Dass Sein Schwanz Sein Penis Jetzt Mir gehört Ich damit Machen kann Was ich will Er keine Kontrolle Mehr darüber hat Das ist das Was extrem Viele Männer An Keuschhaltung Erregend Finden Und das ist das Womit ich Spielen darf Und womit Dann hoffentlich Auch die Jungdomina Spielen darf Wenn sie es Richtig Verstanden hat Weil Keuschhaltung Bedeutet Nicht Einschließen Und Vergessen Sondern Keuschhaltung Bedeutet Jeden Tag Daran Erinnern Wer Alle Kontrolle Hat Wer Macht Hat Und das Ist die Domina Und Damit Spielen Und Spaß Damit Haben Und es Nicht Als Quälerei Sehen In diesem Sinne Wenn du Das Gerne Mit Mir Ausprobieren Möchtest Dann Bewirb Dich Gerne Unter www.lady minus penelope .com Und Dann Sprechen Wir In einem Kostenlosen Beratungsgespräch Darüber Wie wir das Auch Für Dich Möglich Machen Können So Ich Muss Zum Ende Komm Und ins Bett Gehen Ich Wünsche Dir Einen Schönen Tag Danke fürs Zuck Dominante Grüße Lady Penelope 0 Schönen 11 1 2 2 2 3